Bei den steigenden Immobilienpreisen in den Großstädten zieht es immer mehr Familien in die Umlandgemeinden. Kaufpreise und Mieten sind in diesen Regionen in der Regel günstiger. Trotzdem gibt es einiges zu bedenken. Mein Name ist Andreas Gnielger und ich zeige Ihnen die wichtigsten drei Punkte. Bitte beachten Sie, je dichter Sie an Innenstadt heranrücken, desto geringer ist der Preisvorteil. Insgesamt sollten Sie immer Zeit- und Kostenaufwand mit einkalkulieren. Die größten Umlandgemeinden bieten heute eine ähnlich gute Infrastruktur wie die Städte selbst. Beachten Sie aber eventuelle Zusatzkosten, wie zum Beispiel die Kita-Gebühr. Bedenken Sie auch die Anbindung an die Stadt. Brauchen Sie eine schienengebundene Anbindung oder reicht Ihnen eine gute Autoverbindung? Zusammenfassend kann man sagen, vergleichen Sie die Immobilienpreise, überprüfen Sie Anbindung und Infrastruktur und kalkulieren Sie eventuellen Kosten und Zeitaufwand. Weitere Spannung und Wien-Themen gibt es auf unserem Kanal oder unserer Website.